Yo, hallo, hey! Ich bin Tau und Arie. Ihr seid auf dem Kanal PANAMAS und heute möchte ich das angehen. Diese Situation. Ja, wer mich kennt, weiß, ich habe meine Energydrinks gerne und mit meinem neuen Setup von ALAM haben sie hier ihr Zuhause gefunden. Aber mir gefällt das nicht so ganz und ich hätte gerne so ein System, wo ich das sozusagen einfach rausziehen kann, wie aus einem Getränkeautomaten pretty much. Und dazu, wenn du dir so viele Energydrinks holst und diese gerade im Angebot rum habe ich so viele auf einmal, kannst du diese Boxen gleich mitnehmen sozusagen. Also das ist eine ganze Palette von Energydrinks. Und ich habe jetzt schon ein paar Runde Schachteln und ich werde aus denen das basteln sozusagen, was ich da haben will. Aber zuerst werde ich mir gleich einen nehmen und noch was essen, weil es ist jetzt, ich glaube es ist 6 Uhr. Ja, es ist 10 vor 6 am Nachmittag und ich habe noch nichts gegessen heute. Das heißt, wir machen das eben und dann kommen wir zurück für das hier. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.